wie du mal vor wenn ich vorgehe werde ich irgendwie das normale getroffen ja ich habe voll daneben geschossen hat eine dinge gar nicht kaputt sind meine gare kaputt gegangen weg mich nein ich kann das nicht drücken also ich verarschen ich mache dir der gerade kaputt ja da habe ich nicht aufgepasst allerdings stoppen im weg sehr gut er lernt ihr all meine minen rein der pisse hat weh getan er liegt hier am boden da nicht mehr kommen einfach mit der dann hat den plan kaputt gemacht was wir die mine jetzt gehauen oder so vieles der schwanz jetzt ab elektrische zurück gerade habe ich bekommen ja ich auch und es ist tot ja schittien vier stücke ja 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 hast du ein paar gestion b weiß ich nicht kannst du schon nicht mehr die die buchstaben erkenne wird schon weggedrückt gehabt dann ist eine sicht ist schon so verblendet das ist eine 6 aber wieso bekomme ich deine 6 bei buchstaben ist das ein fragezeichen tkkg kann wir gucken tkkg daniel genau warum nicht dein lieblingscharakter der klösschen genau den seine eltern bisschen gehasst habe weil er ist doch nur ein spitzname die eltern nennen das ist doch nicht so genau so wie buster sein der was ja genau deswegen verlässt aber glaube ich nichts dadurch ich ne ja jetzt weiß ich weiß nicht mehr wo das hier ist ich leite den weg na prickelt da zu viel hat meine mine kaputt gemacht da wunderte ich nicht voll out der kann mich damit treffen obwohl er gar nicht in meine richtung bevor ich bin gleich dort ja und du bist und ich bin jetzt dort ganz tot tot ich bin tot ich habe nichts mehr da sind lieber dass mich lieber liegen allein schreibe ich das nicht so schaffst du da auch nicht er ist ein psycho gehe ich mal lieber bei der quelle der heilenden wenn es geht bei der trifft mich jedes mal mit dieser scheiße ja ich bin tot ja er hat mich verbunden ja dann versuchte in die mine reiters auf die grüne kacke schon wieder und der fliegt einfach über die mini hinweg ok ich hasse dieses vier es ist echt op alter da muss ich mal verpissen dafür da setzt seine bienen jetzt kannst du vielleicht mich wiederbeleben ja ich hoffe und weg hier weg hier kaputt ok das ist betäubt richtig wiederbeleben ja gut ja das war es dann ihr lasst du bist tot er hat immer vom schwierigkeitsgrad hier mal springt also einige monster machen wir ja ohne probleme kaputt hat mein gott hat gesehen natürlich ist groß gibt es ja groß ein bisschen hässlich aber da ja alter ja das sieht doch schon so aus als wäre das sieht ein bisschen so aus wie der ember bain ja das macht irgendwie so ähnlich wie der ember bain sogar bis jetzt auf gott ok ich hatte den schild zum glück macht er ich habe keine ahnung da kann man auch mehr gegen die unsichtbar gewand laufen das liegt hat größer geworden da fängt uns ja ein ich mich nicht ich bin raus ok solange die dinger nicht schießen auch gott du musst es ja sagen wir tun uns ihren wrestling irgendwie aufbauen ok ok du kannst ihm damit die kugeln kugeln zu dem schaden machen dann wenn ihr dort auf den zurückschieß macht ihm das sogar schaden habe ich gesehen gegen die birne ihr bis jetzt natürlich nur angenehmer als das andere ok er hat genauso wie der ember bain wenn er auf einen zu gerannt kommt hat dazu zeichen an seinem kopf darüber die kugel hätte eigentlich woanders hinkt hast du gesehen ja ja der homing effekt die hätte ganz woanders hin fliegen müssen ja sagen richtig gut weil er geht immer zurück wenn er die dinger schießt und du kannst die dinger viel leichter irgendwie zurückschießen hat sich ich komme irgendwie nicht an den heran alter hat viel ap man ist der ausgewichen ist durch seine scheiß mongo bewegungen da auch gott ja hat gerade gesehen ich wollte meine waffe aufladen oh gott ich habe das sofort oder du hast das ja vor zurück da lag irgendwas am boden und ich habe eine schuppe bekommen möchte überhaupt da gibt es daraus er musste natürlich auch kriegt nicht so rumlaufen ja wolken ich wollte einfach kündigt sich immer so ein bisschen an glaube ich das hätte den gar nicht treffen dürfen so mal ehrlich ich habe aufgenommen okay meine mine hat die kugel abgewählt weil nach dingen da sind ich bin eingesperrt da ist ein ausgang noch hatte ich macht den kaputt auch schon mein gott er hat er nicht getroffen wegen dem baum ja der ist in meiner alten mina reingehauen ja ich habe brennt oder hinter der ok die mina hat jetzt irgendwie kein schaden gemacht wieso weiß ich auch nicht auch gut keine kugel nehmann ich habe ein c ich habe ein d ok und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017